So, wir starten in dem zweiten Teil mit einer großartigen, mit einem großartigen Mesh-Up, so würde ich es mal sagen, ja. Tony Christie trifft Slauko aus Scenic und dann heißt das Ganze auf der Amarillo-Autobahn. Amarillo-Autobahn 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Auf der Amarillo Autobahn und wer genau hingehört hat, ein Sweet Hansi, who waits for me, gell? Jetzt ist das Original Sweet Marie, glaube ich. Aber bei uns ist es der Sweet Hansi. Heißt man in Schwabach, Hansi, gibt's so was hier? Danke. Danke.